Hallo allerseits, hier findet Ihr einen weiteren Beitrag von Autodoc Video-Tutorials zum Ersetzen von Autoteilen. Diese Woche posten wir neue Videos. 3. Entfernen Sie das Radnussgelenk. 4. Entfernen Sie die Kabelboden. 5. Entfernen Sie die Kabelboden. 6. Dringe das Radnussgelenk. 7. Verwenden Sie einen romanticisten Kabelboden. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel. Ersatzteile können Sie bei uns auf unserer Webseite oder in der Autodoc App kaufen. Teilen Sie dieses Video, wenn Sie es interessant fanden. 12. Schrauben Sie die Befestigungselemente an. 13. Schrauben Sie die Befestigungselemente an. 1. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 2. Schrauchzen Sie die Schrauben der Befestigungspakt. 3. Verwenden Sie das Drehmomentschlüssel. Wir wünschen euch noch einen wunderbaren Tag.